Leven du, all hier zur Hofe! Der der Kraut hätt den Klocken zwei Hörschlaut von unserem Rautungsturm. Und uns nütz den Weihnachtsmarkt achtet vor, da ist Verlaufen an dem ersten Advent im Jahr von Heil 2011. Und wir werden dürfen auch. Wir werden ja auch besinnliche Weihnachten versichern, und die Ahlen können uns dabei helfen. Und hier achtet ihr, wenn ihr vorbildet anfangt. Mein Ehre, es kommt uns für den Bett! Ich hab einiges nicht. Ja, nachdem Albert Gehlein unserem Herold nachgeeifert ist, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Alle Kinder, alle Eltern, alle Omas und Opas und natürlich auch die anderen.